In wenigen Schritten zum virtuellen Workshop. Registrierung. Um sich zu registrieren, geben Sie bitte dieselbe E-Mail-Adresse ein, die Sie auch für die Einladung genutzt haben. Klicken Sie anschließend auf Weiter. Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach. Sie haben eine E-Mail mit einem Bestätigungscode erhalten. Sollte die E-Mail nicht in Ihrem Posteingang erscheinen, prüfen Sie bitte Ihren Spamordner oder Werbeordner. In der E-Mail finden Sie einen Bestätigungscode. Tragen Sie diesen im Webex Teams Fenster in das entsprechende Feld ein. Erstellen Sie im Anschluss Ihr Nutzerpasswort. Beachten Sie hierbei die Passwortanforderungen. Klicken Sie anschließend auf Senden. Geben Sie Ihren Vor-, Nach- und Firmennamen ein. Dies ermöglicht anderen Teilnehmern und uns eine direkte persönliche Ansprache im Workshop. Klicken Sie anschließend auf Weiter. Um Ihre Registrierung abzuschließen. Treten Sie nun Ihrer Gruppe bei. Viel Spaß bei der Teilnahme!